Weil ich würde sagen, eine Aufnahme machen wir noch. Ich glaube, ich muss das Fenster zumachen. Ich habe echt das Gefühl, ich kriege irgendwas in den Mund. In die Atemwege, was da nicht sein soll. Machen wir kurz das Fenster aus. Moment. Ja, ist mir irgendwie unheimlich, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie benetzt sich mein Mund. Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, was die folgenden Tage noch ergeben werden. Was in den Nachrichten kommt. Ob da vielleicht doch ein bisschen was Schlimmeres war. Aber ich denke mal, dass gerade Menschen im höheren Alter oder ähnliches da vielleicht auch sehr viel anfälliger sind. Für irgendwelche nachträglichen Schäden. Oder bleibenden Schäden. Oder direkte Schäden. Was die Atemwege angeht und so weiter. Und ja, mal gespannt, ob da was bei rauskommt. Also das ist wirklich... Ich weiß, es gab schon oft so Probleme. Uns hat da mal gestunken. Und hat man schon mal so scheißig eingeatmet. Ob das jetzt bei einer einmaligen Geschichte hinfällig ist. Ich halte ja auch was davon, dass man ab und zu mal in die Berge geht, dort ein bisschen frische Luft schnappt. Oder wenn man in der Nähe vom See wohnt oder von größeren Gewässern oder mehr vielleicht sogar Nordsee, Ostsee. Dass man da regelmäßig frische, gute Luft einatmen kann. Also um die Atemwege dort ein bisschen zu verbessern. Halte ich viel davon. Was wollte ich denn machen? Ich bin gerade wieder voll verbeilt. Ich könnte mir das hier übrigens auch mit einschließen, sehe ich gerade. Einfach hier ein bisschen rausarbeiten, wenn ich nachher wirklich blaue und grüne Brocken brauche. Einfach hier mit einschließen. Aber ich hätte schon gerne die Gegner da weg. Ich glaube, ich komme hier nicht ungestört ran. Das könnte schon zum Problem werden. Ja, ich doppel gerade voll planlos in der Gegend rum. Ich bin auch irgendwie gerade ein bisschen irritiert. Hatte ich hier schon das Ding herausgeholt? Ja. Ich habe jetzt 23, jetzt kriege ich nochmal 24. Genau, ich wollte ja das mit dem Strom machen. Was fehlt denn hier? Dampfturbine? Da fehlt mir was. Äh. Ich habe keine gelben Motoren mehr. Das ist ja kein Problem. Ich glaube, davon hatte ich sogar noch ein paar in diesen komischen Kisten hier irgendwo. Was noch? Guck mal kurz erst. Irgendwo waren, glaube ich, noch ein paar. Könnt ihr euch mal hier rausholen? Ne, doch nicht. Habe ich mich vertäuscht. Vertäuscht. Ich muss eh hoch wegen den roten Bändern. Wo sind wir denn hier? Machst du eigentlich noch? Ja, machst du. Was ist denn hier los? Warum arbeitet ihr nicht mehr? Ihr kriegt keine roten Chips mehr und keine grünen. Ach, die hatte ich manuell eingefügt. Richtig? Also, einmal grün. Einmal rot. Dann könnt ihr auch mal wieder ein paar Roboter machen. Die muss ich ja definitiv demnächst mal nachfüllen. Äh, nach hineinrentfügen. So. Weiß ich, wie ich mein? Jaja. Da weiß ich schon, wie ich mein. Gut. Jetzt können wir... Oh, guck mal hier. Können wir fast sogar noch eins bauen, hä? Hä? Noch ein, äh... Fabriksgebäude. Noch ein. Ja, kommt her. Ladet euren Müll bei mir ab. Komm her. Dankeschön. Ja, ich muss auch an die Roboter von Yoki gehen. Die können viel mehr auf einmal transportieren. Und dementsprechend sind die auch ein bisschen angenehmer. Also, ich glaube, ich hatte ausgerechnet, dass das hier alles perfekt langt für links. Wenn nicht sogar zu viel. Ja, nee, es hakt tatsächlich teilweise ein bisschen am Wasser. Es ist nicht komplett voll. Ähm, eventuell wird es aber, wenn ich nachher hier die Rohre reinmache, dass es von rechts und links, weißt du, so ein bisschen ausgleicht. Kann aber auch zu einer Katastrophe führen. Muss ich mal echt abwarten und schauen. Okay. Machen wir erstmal... Genau. Und zwar jetzt bitte umgekehrt. Das geht nicht. Okay. Ja gut, dann lass es halt so. Meine Güte. Wer bin ich, der sich damit anlegt? Das ist wahrscheinlich noch nicht die perfekte Verteilung. Aber es sieht cool aus. Also für einen Screenshot langt's, oder? Machen wir mal einen Screenshot. Und jetzt würde ich gern... Oh, da fehlt Wasser. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Da muss ich noch das Wasser anschließen. Und zwar eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stück. Mach mal erst acht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich so viele brauche. Acht Wasserspender bei Liquids. Ja. Hm. Schicksal, hä? Es sind genau so viele, wie ich brauche. Okay, krasser Scheiß. Das ist der, hätte ich Crush-Maschinen gehabt und P's, also Pressen, hätte ich jetzt dieses Problem nicht, dass ich warten müsste auf die Maschine. Aber ich muss eh noch einen Haufen Rohre verlegen. Fünfzig, fünfundneunen Stiften lang. Also, wir hätten das gerne symmetrisch. Auf vielen lieben Dank nochmal für den, äh... Ich kann halt jetzt erst vielen lieben Dank sagen, auch wenn das einige Folgen her ist, als ich den Tipp dafür bekommen hab. Ähm, mit dem symmetrisch. Das Wort, das mir nicht eingefallen ist. Aber, ey, schreibt mir das von mir aus, fünf Jahre später. Ey, ich find's immer geil, wenn die Leute trotzdem dann reagieren irgendwann mal. Auch wenn das Thema vielleicht schon Geschichte ist. Aber, äh... Ne, ne, passt schon. Drei, vier. So müsste das laufen, oder? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ist das richtig? Mach ich da gerade alles richtig? Ich glaub schon, gell? Nur mit dem Unterschied, dass hier nochmal einer ran muss. Die laufen nicht ganz durch. Wieso eigentlich nicht? Könnte man doch machen. Ist doch hier auch so, genau. Warum eigentlich nicht? Und hier? Ich mach das lieber mal so, damit's wirklich überall voll fließt. Ja, ja, ja. Ist okay, kann man machen. Definitiv. Gib mir mal noch Rohre, bitte. Ja, du kannst die schon setzen. Ich hab da schon ein paar. Warum warte ich eigentlich auf? Was warte ich denn? Drei, vier, fünf, sechs. Und jetzt müsste ich eventuell in diese Richtung weiter arbeiten. Auch wenn ich das ungern wollte. Da kommt Nummer sieben und acht. Jau, jetzt wird's halt ein bisschen doof. Aber wir könnten auch mit Rohraufnaps arbeiten hier. Ja, ab und aufs. So. Ja, warum eigentlich nicht? Ich glaub nicht, dass das jetzt mehr schadet als das andere. Wobei, da hab ich ja lieben... Aber das geht in dem Moment nicht mehr. Ne, okay, okay, okay. Lass mal, lass mal, lass mal. Lass das mal. Ist hier verbunden, ist dort verbunden. Bau die bitte noch hier an. Und setz die mal noch rein. Die sollen schon rundum verbunden sein. Das ist schon alles in Ordnung. Ja. Gib mir mal bitte Strom. Strom, Freunde. Strom. Wie weit müsstest du weg sein, damit du noch alles bekommst? So. Und unten wäre auch noch genug Strom. Na, wunderherrlich. Machen wir Wasser. Rechte Maustaste, ne, rechte Maustaste, links, links, links. Exakt. Und lass uns mal überraschen, ob das langt. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal die Dinge alle voll machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch schon denselben Effekt bringt, wie auf der linken Seite mit 8. Du könntest sogar auch links zwei Stück wegbauen. Oh, guck mal, die kriegen schon gut Wasser hier rein. Mal lieber Mann. Ja, die hier doch auch. Wieso war das vorhin so extrem? Ich habe doch irgendwo extreme Spankungen gehabt. Jetzt nimmt es hier wieder ab. Ah, depends on the Leistung. Weil jetzt gerade wieder ein Angriff ist, wieder mehr verbraucht wird, dann geht die Wasserrate ein bisschen runter. Okay, das macht natürlich Sinn. Das macht natürlich Sinn. Zeig mal, warte mal. Also das ist nur von hier. Ich hätte es gar nicht mal insgesamt gesehen, gerade während dem Angriff. Wäre vielleicht mal interessant gewesen. Aber passt schon. Also wir wollen das hier alles verbinden. Soll zu einem Kreislauf mutieren. So gefällt mir das sogar ein zu viel. Genau. So, machen wir hier nochmal ein Screenshot. Am besten mittig. Das sieht doch geil aus, oder? Und das als Werbung für meine Videos. Ist das nicht was Feines? Die Optik, der optimale Einsatz von diesen Factorismo Gebäuden. Zur Stromherstellung. Zeig mal. Jo, ist doch geil. 32 Megawatt stellen die aktuell her. Jetzt bräuchte ich jetzt mal einen Angriff, damit ein paar Lasertürme aktiv werden. Soll ich mal ein bisschen Holz abbauen? Hihihi. Komm, mach mal. Komm, komm. Greift mich doch an. Nee, komm mal. Ich mach euer Holz kaputt. Nee, nee, nee. Komm, macht mich doch fertig. Jetzt. Jetzt beobachte mal. Wow. Wie viel Megawatt produzieren die jetzt? Pass mal auf. Wow. Guck dir das mal an. Hammerhart. Fällt mir noch ein bisschen Holz. Das Ding ist ja nicht ansatzweise gestiegen eben. Kein Problem mit Laser. Äh, mit, 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 äh, Ding. Ich glaube, die da hinten arbeiten auch schon gar nicht mehr. Komm, bau die ab. Erst langen acht Stück pro Seite. Definitiv. Die sind nämlich schweineteuer herzustellen. Das heißt, schweineteuer. Es dauert aber zumindest ewig lang, bis alles hergestellt ist. Okay, also es funktioniert. Ich würde sagen, es funktioniert. Feine Sache. Das muss ich wahrscheinlich dann mit reinbringen. Wobei das natürlich ein bisschen doof aussieht. Das heißt, beim zweiten Mal, wenn ich das wieder so aufbaue, auch mit der Kohle, muss ich das ein bisschen anerster gestalten, damit ich das schöner gestalten kann. Dann würde ich zum Beispiel so ein Gebäude hierher setzen. Links genug Platz für die Wassersachen, rechts genug Platz für die Wassersachen, äh, für die Wasser, äh, Erzeuger. Und dann habe ich einen schönen View und das könnte ich dann aufnehmen. Das wäre doch schön. Das wäre der Plan, Freunde. Genauso wollte ich das machen wollen werden dann. Gut. Sehr schön. Eisen, alles gut? Alles gut, ne? Ja. Trotz Rot allein, trotz, dass mehr verbraucht wird. Ja, guck mal, was hier reinkommt. Das ist der Wahnsinn. Ihr setzt außen ab, ihr setzt von innen ab, ihr setzt von innen schon so viel ab, dass außen nichts mehr gebraucht wird. Alles cool. Da könnt ihr sogar noch und nöcher weitermachen mit Eisen. Wenn ich für irgendwas ganz viel Eisen bräuchte, wäre das überhaupt kein Problem. Gut. Feine Sache. Hier wird Sprengstoff mittlerweile gesammelt, weil hier voll ist. Das ist gut. So darf es auch ruhig mal sein. Und ich würde jetzt gerne, das mit dem Tank wollte ich schon gerne mal ausprobieren. Wir haben diesen Tank. Ich brauche noch, warte mal, Flamethrower habe ich auch unten irgendwo. Genau. Aber ich habe es, glaube ich, auch im Inventar. Drei Buletten, ja, das passt. Gehen wir mal kurz zum Tank. Ach, ne, warte, ich muss ja erstmal hier ein Ding herstellen. 80er Cannon Shells. Habe ich die noch nicht gestartet? Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Mir fehlen noch die Minen. Der braucht dasselbe Material. Und Flamethrower Tanker. Die wollte ich auch noch herstellen. Das heißt, wir brauchen jetzt drei Maschinen noch. Drei Armour-Maschinen. Zwei habe ich, das weiß ich. Und zwar einmal eine. Könntest du direkt da oben, ne, das ist blöd. Ich mache eine zweite Kiste, das wäre mir lieber. Ja, mach mal so. Versuch. Wir arbeiten mit Roten nur noch. Macht ruhig mal die Lane da voll. Werden die massig produziert? Ich glaube, ja, gell? Die verschiedenen Produkte. Doch, doch, stimmt schon. Also, du machst das hier. Und haust es hier in die Kiste. Wärm. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, bis man eins hergestellt ist. Ja, ist alles gut. Sehr schön. Und dann einmal nach oben. Und du stellst die... Das braucht halt sehr viel von diesen Teilen. Machen wir das. Langgelbes Ärmchen. Setze in Kiste. Und dafür machst du mir nicht so viel, weil ich von diesen Minen nicht so viel haben will. Zwei Stacks langt mir. Zwei Stacks langt mir. Du kannst ruhig bis hier machen. Genau. Und dann noch eine Maschine. Nochmal eine Ärmelmaschine, bitte. Die mir diese Flamethrower-Geschichte baut. Da muss ich einfach nur zwei Boxen setzen. In die eine haue ich jetzt manuell ein bisschen Flamethrower-Power rein. Und dann passt das auch. Genau. Also. Du brauchst davon. Dann kriegst du zwei Kisten. Einmal mit dem Material. Und machst mir das hier. Ein und raus. Ja, das dauert ewig. Das habe ich mir gedacht. Dass das ein bisschen länger dauert. Aber ist kein Problem. Das kann sehr viel länger dauern. Vielleicht eine zweite Maschine. Ne, ne. Das war auch ein bisschen übertrieben. Aber er braucht sehr viel von dem Flammenwerfer-Brennstoff. Kann ich den anfordern. Ist der in einem Request da drin? Warte mal. Ne, Provider. Provider. Entschuldigung. Provider. Hol mal alles, wenn es geht. 500. Bin ich mal gespannt. Wenn die in einem Provider drin sind. Dann müsst ihr jetzt kleinen Haufen. Ne. Ist es nicht. Dann hole ich es manuell. Wo ist das Flammenwerferzeug? Da hinten. Doch. Doch. Ah, es mussten erstmal die Dinger kommen. Okay, cool. Wir nehmen trotzdem noch ein bisschen was manuell mit. Ich habe nicht genug Roboter im System. Das ist das Problem. Ja, ich muss dringend. Es muss so viel machen, ey. Ich muss dringend auf die Roboter hier. Umgewandeltes. No. Umgewandeltes. Ne. 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 mehr. Okay, also 150 ist, sagen wir mal, ein Viertel bis ein Fünftel von meinem aktuellen, was ich hab. Was ich zur Verfügung bin. Wenn ich jetzt von allen Seiten angreife, machen wir mal ein paar Bäume weg. Ich will jetzt mal wissen, ob ich das machen kann oder nicht. Mach mal. Ob das jetzt übel wird oder nicht. Weil ich hab ja mittlerweile so viel Strom hier. Komm mal. Straub mich da. Wir machen mal, egal. Komm, komm, komm. Ja, ja. Oh, 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 oh. Da kommt was ein. Warte, jetzt muss ich gucken. Ah. Ich hab doch nicht so viel zur Verfügung, wie ich dachte. Ach, du heilige Schande. Mach das Ding aus da unten. Boah. Jetzt stell dir mal vor, die greifen wirklich von zwei, drei Seiten aus an gleichzeitig. Gute Nacht. Du brauchst zu viel Strom, Freund. Mach eins, jetzt fertig. Aber das war's. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Ne, 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 ne. Mehr machen wir gar nicht. 20.000 hab ich. Okay, cool. Hatte ich jetzt nicht gedacht. Pff, ein. Uiuiui. Und die brauchen jeweils eins davon. Bäh. Menchioki, was hast denn du dir für Energiedinger vorgestellt? Ich glaub, ich bin ja bei Energie auch noch nicht sehr weit. Oh, guck mal hier. Ne. Ich will das jetzt nicht verschwenden. Hier, warte mal. Du kannst 2,4 herstellen. Du bist so ein Sonnen-Kollektor oder sowas, gell? So ein Strahlen-Kollektor. Du kannst 5 Megawatt. Oh, da brauchst du aber 12. Du brauchst schon 12 ungewandelte UCA2, damit du 5 Megawatt herstellst. Wie bitte? Ne, ist nicht ganz so, glaub ich. Irgendwie sehe ich das falsch. Du stellst 75 kW. Uiuiui. Wo ist denn der Atomreaktor? Hier gab's auch einen Atomreaktor oder so irgendwas. 3,2 Megawatt, 5,29,7 14,6 Megawatt Und du? Ich bin da viel gefördert. Ne, ne, da stellt nichts her. Es gab doch noch irgendwas richtig Fettes. 11 Megawatt 1,8 Die Renzua-Turbine 11 Megawatt Das ist schon fett. Ich hab aber, glaub ich, mal so eine hergestellt. Ich wusste aber nichts damit anzufangen. Hab die nicht richtig gebaut oder so. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Irgendwo hab ich da noch ein bisschen Potenzial bei diesen Geschichten hier. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ne, aktuell ist das am besten. Also ich glaub ich mach einfach noch so 2,3 Factorissimo Gebäude. Damit ich so auf die, keine Ahnung, vielleicht 800 bis 1000 Megawatt komm. Ähm, ich hab doch irgendwo so eine riesen Zahl gelesen. Super Chool oder sowas. Wo waren das? Brennstoffzellen. Giga Chool. Guck mal hier. Über das Leica-Tor eingehandelt. Stimmt. Ach Gott, ich hab ja noch nicht mal, ja. Ich hab zwar jetzt schon ein bisschen tiefer vielleicht gekratzt als an der Oberfläche, aber ich bin immer noch ziemlich weit entfernt. Und hier, das war ja für die Türme. Was brauchst du eigentlich nochmal? Krakon-Mauer. Und umgewandeltes. Ach, hör auf. Und was kannst du dafür? Soll ich das mal einsetzen? Krakon-Mauer. Was brauchst du denn da? Diese komischen Bricketts. Bricketts, Bricketts. Was macht denn der dafür für Schaden? 38 Reichweite. 40 plus 24. Oha. Oha. Das ist ja schon ein Oha. Boah, hat doppelt so viel Schaden wie das Teil. Das macht schon relativ viel Schaden. Ich glaub ich kann auch mit denen relativ gut klarkommen. Sagen wir mal, wenn ich 10 davon hab, von diesem Eisenwolf, ich glaub dann geht's schon richtig rund. Damit kann ich bestimmt mal so eine Lane platt machen. Hoffentlich. Ich hab's ja irgendwann mal probiert. Das Problem ist in dem Moment, wenn ich versuch anzugreifen, dann werden sie aggressiv. Ohoho, dann werden sie aggressiv. Ich weiß nie, ob ich überhaupt jemals so weit hochkomme. Von allem, dass ich wirklich alles einstecken kann im Endeffekt. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie was aufbaue, hab ich das Gefühl, bauen die auch was auf, ne? Das ist ja auch so ähnlich. Das ist einfach brutal. Ach, das sind nur 10erstext? Das ist ja sehr, sehr beruhigend. Apropos. Beinstoff hab ich unten drin, Flammenwerfer könnte ich herstellen. Und ich glaub, ich bin mit denen doch nicht ganz fertig. Ich glaub, da geht... Oh, was ist los? Achso, ne, okay. Ich glaub, da geht auch noch was. Apropos. Ich hab doch meinen... Ach, da ist er. Hau mal den Kampfanzug hier rein. Jawoll. Gab's das nicht sogar noch ne Nummer größer? Fragezeichen. Gab's den Kampfanzug nicht sogar noch ne Nummer größer? Was ist denn das? Kampfanzug 2, guck mal hier. Och, halleluja. Ja, ich brauch die besseren, die Eldenwissenschaftspakete. Zeig mal. Wie sind das eigentlich? Wenn ich jetzt ein Tree davon hab, kann ich das automatisch auch... Ne. Ich brauch sie alle. Okay. Das heißt, mach erst mal das hier. Aber ich will das trotzdem ein bisschen beobachten. Äh. Pass auf. Und hier die Ionen, Orbital, Ionen, Kaone. Die hätte ich gerne. Warte mal. Ist das Raketensilo nicht automatisch das Ende? Aber wie ist denn das dann, wenn das Raketensilo automatisch das Ende ist? Dann könnte ich doch da hier gar nicht mehr weiterarbeiten. Dann ist es hier vielleicht bei dem Mod gar nicht mehr so. Ne, dann dürfte es ja gar nicht mehr so sein. Fragen über Fragen, Freunde. Lasergeschützturmfeuerrate, das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Als nächstes. Aber ich hab grad was drin. Na, Effizienzmodul. Okidoki. Sieht's denn hier eigentlich aus? Kriegst du alles, was du brauchst? Ja. Hat keine Liedergreifarme, weil die blauen Teile voll sind. Ok. Könnte ich theoretisch mal wieder sammeln. Oder? Guck mal, hier sind sogar teilweise noch richtig viele verteilt. Guck mal. Das heißt, mach mal. Mach mal. Sammel mal blaue, äh. Guck mal, der nimmt nur zwei. Das verstehe ich nicht. Ich hab jetzt diese, diesen, dieses Update, dass die bis zu vier nehmen können. Aber nur die Yoki-Teile nehmen's wirklich. Ist doch komisch. Stell dir jetzt wieder her? Ja, was war denn das? Ob ich denn das Eisen her? Achso, ne. Ja, guck mal hier. Okay, gut, gut, gut. Ich bin verwirrt. Ich sollte aufhören, es aufzunehmen heute. Irgendwie hat es jetzt sogar schon auf mein Gehirn niedergeschlagen. Ne, ne. Das ist eine faule Ausrede. Das ist definitiv nur eine faule Ausrede. Ja, ich hab trotzdem noch ein bisschen Schiss, muss ich echt sagen. Ähm, ja. Ich muss mir mal Gedanken machen, wie ich weitermach. Entweder Strom. Hardcoreio in Richtung Strom weitermachen. Damit ich endlich dieses ungewandelt OER-C2 da mal machen kann. Oder doch mal langsam um die Gegner kümmern, die mir... Naja, eigentlich überhaupt nicht auf den Keks gehen. Eigentlich nicht, gell. Weil sie bewirken ja nichts. Hier ist mein Notfallschwungrad. Das eben aber auch nicht so viel gebracht hat, gell. Verteilen sich die Roboter jetzt eigentlich? Ich hoffe es, gell. Ich denke schon. Hier sind noch ein paar drin. Und hier fehlen Reparaturwerkzeuge. Die müsste ich mal holen. Die müsste ich mal auffüllen, definitiv. Das sollten definitiv genug im Unlauf sein. Dass immer alles schön repariert werden kann. Oh, Ladies and Gentlemen. Ganz ehrlich, mir fällt gerade nicht viel ein. Irgendwie, keine Ahnung. Ist der Hase heute durch? Weil wie auch immer man das nennen möchte. Oh ja, guck mal hier. Mach mal jetzt in alle. Das mach ich jetzt noch nach der Aufnahme. Beziehungsweise jetzt noch ein bisschen mit euch. Oh, Ladies and Gentlemen. Gibt's noch irgendwas zu sagen aktuell? Ich glaube nisch. Ist alles geschwätzt. Davon zwei. Du reparierst ja gar nicht mal so großartig. Ein bisschen. Nö, ist alles soweit geschwätzt. Also hier Ludwigshafen, BASF. Ihr wart live dabei. Ich finde das auch einen epischen Moment irgendwo ein bisschen. Ihr wart live dabei. Das ist schon irgendwo ein bisschen cool. Auch wenn es ein scheiß Ding ist. Es sind ja tatsächlich Leute gestorben. Das ist natürlich sehr, sehr scheiße immer. Man weiß aber nicht, woran es liegt. Wer hat da Scheiße gebaut? Wer ist da unvorsichtig gewesen? Oder was ist genau passiert? Das wird sich hoffentlich die nächsten Tage klären. Oh, hier, guck mal. Keine Roboter drin. Ich muss Roboter holen. Und die auch noch ein bisschen verteilen. Ja, ihr wart live dabei heute Morgen. Das ist schon komisch und beängstigend. Irgendwie schon, oder? Okay. Beenden wir mal dieses Thema. Und jo. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn noch irgendwelche Kommentare sind, bitte immer unten reinfeuern. Ich freue mich über alles, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was mir noch nie aufgefallen ist. Vielleicht auch erst in drei Folgen auffällt oder so. Aber ihr erst in einem Jahr dieses Videos seht. Total egal. Schreibt es, schreibt es, schreibt es. Ich freue mich über jedes Kommentar, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, was ihr loshaben wollt. Sagt Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Crispy the Bird. Macht's gut. Bye, bye.